Hallo und herzlich willkommen bei den Oberberg-Nachrichten, Ihren Regionalnachrichten aus dem Oberbergischen Kreis. Ja, schöne Grüße aus Bergneustadt. Wir haben seit dem heutigen Tag, also den 1. September 2021, einige Veränderungen. Inhaltlicher Natur, aber auch von der Aufmachung unseres Nachrichtenportals. Ich möchte kurz darauf hinweisen, damit es keine Missverständnisse gibt und damit jeder weiß, was er in Zukunft von uns zu erwarten hat. Ja, in Zeiten von veränderten Algorithmen, egal bei Google, egal bei Facebook, Twitter und Co., müssen auch wir uns anpassen. Haben wir in der Vergangenheit es für wichtig erhalten, Nachrichten auch von dem Oberbergischen Kreis, von den Polizeibehörden etc. pp. bei uns ins System reinzukopieren, möchten wir uns davon ab heute distanzieren. Wir werden entsprechende Links machen, wir werden auch bei wichtigen Themen hundertprozentig darauf hinweisen und notfalls eine Verlinkung reinbringen. Aber bei uns gibt es drei Säulen ab heute. Interviews, Reportagen, Dokumentationen. Wir möchten eigenen Content erstellen, umfangreich, ausgearbeitet, hintergründig. Das heißt, mit Menschen in der Region sprechen, da sehen wir die Oberberg-Nachrichten in Zukunft. Das heißt, egal ob aus der Wirtschaft, egal ob aus dem sozialen Bereich, egal ob aus den Kirchen, egal aus der Politik, wir sprechen mit den Menschen in Oberberg und bringen andere Blickwinkel rein. Für uns ist es wichtig, den Oberbergern eine Stimme zu geben. Wir sitzen in Bergneustadt und produzieren auch für den Oberbergischen Kreis und haben entsprechend kurze Wege und haben auch einen sehr engen Bezug zur Region. Ich möchte nicht lange rumreden. Wir haben auch an der Aufmachung der Internetseite einiges geändert. Man sieht es jetzt zum Beispiel, wenn man auf die Orte geht, dass dort nun eine modernere Aufmachung da ist. Und ein ganz wichtiger Punkt, und darum möchte ich Sie alle bitten, tragen Sie sich bei uns in den Newsletter-Verteiler ein. Wir werden in Zukunft jeden Freitag um 15 Uhr einen Newsletter rausgeben, wo alle Nachrichten, die wir selbst erstellt und veröffentlicht haben, halt eben aufgelistet sind. Das ist wichtig, wie zu Anfangs gesagt, die Algorithmen haben sich geändert. Entweder man muss einen riesigen Sensationsjournalismus machen, a la Bild-Zeitung, dann kann man da mitspielen, dann ist man auch überall in den vorderen Plätzen bei Facebook und Co. und bei Google. Das möchten wir aber nicht. Und wir möchten auch nicht, dass wir in diesen sozialen Netzwerken durch irgendwelche Filter rausgefiltert werden. Und wer ungefiltert unsere Nachrichten nicht verpassen möchte, einen Überblick haben will und auch sicher sein kann, dass er nichts anderes außer diesen Newsletter erhält, keine weitere Werbung und so weiter, sondern nur die Nachrichten, was gab es in den letzten sieben Tagen für Nachrichten, der meldet sich bitte bei unserem Newsletter-Verteiler an. Diesen finden Sie unter jeder Kategorie. Drücken Sie oben links auf Orte, Bergneustadt zum Beispiel. Und wenn Sie unter der Übersicht mit den neuesten zehn Artikeln halt eben runterscrollen, finden Sie dort ein Feld, wo Sie sich zum Newsletter anmelden können. Das ist ganz wichtig, damit wir auch die Menschen in Oberberg erreichen. Wir wollen uns da etwas distanzieren von den amerikanischen Unternehmen, weil das hat die Vergangenheit einfach gezeigt, das ist nicht zuverlässig. Man kann sich nicht darauf verlassen. Und ja, wir möchten also, wie gesagt, mehr Substanz liefern. Wir möchten den Oberbergern eine Stimme geben. Interviews, Reportagen, Dokumentationen. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber es ist wichtig zu begreifen, dass man bei uns jetzt nicht mehr die geklauten Mofa-Schilder findet. Wir möchten unsere Zeit, die wir für das Projekt Oberberg-Nachrichten einsetzen, effektiver und wertvoller halt eben gestalten. Da wir aber auch die Stimme der Oberberger sein wollen und weiterhin am Puls der Heimat agieren möchten, ist jeder Oberberger, egal wer was zu sagen hat, jederzeit zu uns aufgerufen, uns an redaktion.oberberg-Nachrichten eine Mail zu schreiben, einen inhaltlichen Vorschlag zu machen, Themen hinzuweisen. Und wir entscheiden dann, ob es ein Podcast gibt, ob es ein Video gibt, ob es eine ausführliche Reportage gibt, ob es einen Mehrteiler gibt. Also wir gehen jetzt da ganz anders mit dem Thema um und ich hoffe, dass die Oberberger diesen Aufruf von mir alle wahrnehmen und auch mitwirken. Und noch was. Wir starten heute mit einem ganz, ganz dicken, ja, einem ganz dicken Brocken. Und zwar hatten wir die Bundestagskandidaten aus dem Oberbergischen Kreis eingeladen zu einem Interview. Dieses Interview war für alle identisch aufgebaut. Die gleichen Fragen, die waren auch sehr transparent nach dem Interview übergeben worden, dass jeder auch vergleichen kann, okay, es wurde keiner bevorzugt, es wurde keiner benachteiligt. Und diese Interviews sind lang. Also meine Redakteurin, die Amai Schüttler, hat heute zum Beispiel gesagt, das Interview mit dem CDU-Kandidaten Carsten Brotesser hat über 42 Seiten Text. Gigantisch. Eine große Menge an Informationen. Aber ich habe gesagt, richtig so, wir sind damit oder legen damit vor und sagen, das macht kein anderes Medium in der Ausführlichkeit. Und wir haben im Internet ja keine räumliche Begrenzung. Wir können da ja unbegrenzt quasi veröffentlichen. Und das nutzen wir auch jetzt. So, also, die ersten Kandidaten sind rein. Ja, die Kandidaten leider aus dem linken politischen Spektrum haben den Weg nicht nach Berg-Neustadt gefunden. Warum auch immer. Vielleicht haben sie auch schon aufgegeben. Aber das steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Ich weiß nur, dass, was jetzt hier an Interviews veröffentlicht wird auf Oberberg-Nachrichten, ist gigantischer Inhalt. Man lernt die Kandidaten wirklich kennen. Und man wundert sich teilweise, was da für Aussagen gekommen sind. Und das finde ich total spannend. Wir werden auch noch zu unseren veröffentlichten Interviews noch einen kleinen Quiz machen. Der wird aber dann in der nächsten Kalenderwoche entsprechend erst veröffentlicht. Ich habe den heute schon gesehen und habe mich kaputt gelacht. Habe gesagt, Mensch, das hätte ich nie gedacht, dass das der Kandidat von den Freien Wählern gesagt hätte. Oder dass der von die Basis oder von der FDP. Also, spannend. Beobachtet unsere Seite, abonniert den Newsletter und verpasst nichts. Und wenn ihr irgendwas zu sagen habt, kommt auf uns zu. Das ist das neue Oberberg-Nachrichten.de. Uns gibt es schon seit 2009. Unsere Leserschaft ist nach wie vor riesig. Ich bin da super mit zufrieden. Und wir bewegen was gemeinsam. Also, freue mich, wenn ihr euch weiter auf die Oberberg-Nachrichten als Nachrichtenquelle und Informationsquelle entsprechend verlassen wollt. Euer Sven-Oliver Rüsche aus dem Büro in Berg-Neustadt der Oberberg-Nachrichten. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.